Was ist die Fotografie? Zur Fotografie bin ich gekommen, eigentlich durch meinen Vater. Ich habe dann immer ein bisschen mit Fotos gespielt, aber noch nie so richtig mich damit voll beschäftigt. Ich habe dann gesehen, dass mir Leica Kameras gefallen und dann habe ich gewusst, das ist okay, ich warte lieber, weil wenn ich das machen will, dann möchte ich mir eine Leica Ausrüstung kaufen. Ich fotografiere beides, digital und analog. In Tokio gibt es mega coole Läden, wo sie wirklich perfekte gebrauchte Kameras haben. Dann habe ich mir eine Leica M6 zugelegt und da habe ich einfach angefangen, ein bisschen Film zu fotografieren mit Schwarz-Weiß und mir ist schnell aufgefallen, dass irgendwie ist der Moment viel zeitloser oder für die Ewigkeit mehr festgenommen. Ja, ich war sehr überrascht, wie die Bilder mehr Leben haben. Ein gutes Bild in der Fotografie ist natürlich der Moment, dass das ausmacht. Man muss halt auch ein bisschen Glück haben, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. Ich habe ein paar super Bilder letztes Jahr in Goodwood beim Revival getroffen oder auch bei der Rennspot Reunion von einem 917er. Und ich habe das Glück, dass ich oft mit wunderschönen Rennautos oder normalen Autos entgegen bin. Und ja, da verbinde ich einfach Kunst mit Technik. Und ja, mit Fotografie kann man sich in verschiedenen Welten austoben. ich weiß, dass ich mit dem Blick nicht die Freiheit und den Welt entgegen bin. Und ich habe das Glück, dass die Mutter in der Welt nicht wichtig ist, dass er sich nicht ausmacht hat, also sieht es nicht ausmacht. Und das gleiche autopsiert. Und es sieht so ausmacht. Vielen Dank.